moin zusammen marine hier und willkommen zu einem kurzen info video hier auf unserem kanal ja heute abend ist es soweit es kommt heute kein wochenhighlight video warum ich habe nichts aufgenommen es ist endlich soweit auf das was ihr alle gewartet habt ihr wolltet es doch alles sehen endlich endlich kann ich verkünden heute abend ab 19 uhr werde ich live sein mit einem xxl team of the year pack opening ja da oben auf dem shop steht eine 19 das sind aber nicht meine angesparten packs sondern nur irgendwelche player picks habe ich schon mal ein bisschen was angesammelt und heute abend 19 uhr können wir dann auch noch mal 10 80 plus player picks machen werden auch dann sobald wir live sind auch kurz machen wir haben auf jeden fall erstmal paar player picks wo man dann erstmal machen können und dann gibt es noch 230 packs wo ich im shop rumliegen habe also das wird auf jeden fall richtig richtig lange gehen teilt auf jeden fall das video mit euren freunden kommt alle vorbei lasst krachen lasst uns ein geile gaudi schöne atmosphäre haben im system wird auf jeden fall richtig heftig werden und die frage ist natürlich ziemlich eine team of the year karte oder eine icon wäre auf jeden fall richtig heftig ich freue mich wenn ihr am start zeit genau das wollte ich noch kurz ankündigen und dann können wir voll durch starten und voll durchziehen ich habe mega mega bock und wahrscheinlich wird es der erste teil nur sein weil 230 packs muss halt erstmal weg ziehen wahrscheinlich wird man das gar nicht schaffen dann wird am montag wird rocky live kommen mit einem pack opening dann abends noch platzen wird packs ziehen zum team of the year also jetzt geht es bei uns auch richtig ab lang genug darauf warten müssen habt ihr und ab dienstagabend sofern wir morgen nicht fertig werden werde ich dann noch mal live sein mit dem pack opening also die nächsten zwei drei tage habt auf jeden fall fettes pack opening content auf unserem kanal deswegen lasst einen daumen da checkt alles ab teil die videos und dann hört man sich heute abend zum pack opening bis dahin ich wünsche euch was bis heute abend macht's gut haut rein und ciao ciao